Ein bisschen weiter, folg mir. Nee, 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 sofort eine Unterbrechung, ey. Nee, das fängt ja schon gut an. Gut. Man soll da bei Roma zeigen, wo er sein kann. Du hast ein Kind, ein Name. Nein. Warum würden wir... Fehler. Nämlich sind eine körperliche Säule. Hier ist der Ort. Ich habe einen schönen Ort. Dammit, will you relent? My plowing now I've done wrong. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchlings on the prowl. Look. Ich habe keine andere Wahl. Ich habe keine andere Wahl. Ich bin dein Juggler. Ich bin dein Juggler. Und du schlägst bis ich helfen kann. Sag mir, wenn es beginnt, ich werde es mit Magie spüren. Pick es ab. Geh es in deinen Armen. Das war nicht die falsche Entscheidung. Das war nicht die falsche Entscheidung. Ach du Scheiße. Okay, er kann nicht rennen. Oh, ich hoffe, ich habe nicht die falsche Entscheidung getroffen. Ich will ehrlich gesagt nicht, dass der Typ stirbt. Auch wenn er ein Arschhäu ist, er sieht es immerhin ein. Ich will das mal ein bisschen sammeln. Was ist hier los? What? Alter, Kala. Okay, man muss bei dem Typen zwei Schritte ausweichen. Oder einen langen. Ah, fuck. Na, fuck. Auf jeden Fall gefährliche Gegner hier. Ich versuche es doch. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Aber, aber was du willst mit dem? Ich? Nichts. Das ist dein Job. Ich habe gesagt, du musst es unter der Grund. Aber die Geschichte ist wahr. Aber morgen wird es ein Lerbecken. Von dann an, du kannst du auf deine Haus und helfen dir finden. Und deine Familie. Oh, man. Er hätte sich noch einfach getötetet, ey. Ich glaube, der wird mir noch nicht mal böse gewesen. Ich will ja nicht. Ich will ja nicht. Ich will ja nicht. Ich hatte ein kurzes Problem, dass ich auf irgendwelche Typen gelockt wurde, gegen die ich nicht kämpfen wollte. Oh, man. äh, oh... ох, shit. Unfair. Ach, bitte nicht so weit, ey. Ich will nicht so weit laden müssen. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. da der schnelle bitte 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 schon jetzt ist es passieren 8 bzl das ist nicht euer ernst habt ihr nicht was habt ihr nie was von checkpoints gehört leute ganz ehrlich checkpoints an dieser stelle wenn wir zumindest einmal speichern müssen ich kann das jetzt nicht speichern weil das spiel bescheuert ist moment ich habe hier etwas gefunden was ich es haben wir sehr peter oh mein gott so ich werde immer axi benutzen so und ich werde mal im bestseil umgucken geister mittags erscheinung hier unten steht was die hier haste das sind öl und die heißen järten ja ok die magische falle so groß selbstmächtiges wesen ok ich erkenne warum diese falle nützlich ist du sie 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 Okay. So. Was willst du damit machen? Ich? Nichts. Das ist dein Job. Ich hab dir gesagt, du musst es unter dem Grund. Die Zähne sind wahr, morgen wird es ein Lieblingsgebiet sein. Von dann an ich will dich auf deinem Haus und helfe mir deine Familie finden. Die Zähne sind nicht gekommen. Sie müssen sich hörnen. Ich habe den gesehen. Oh. Ich hab ihn gesehen. Oh! Oh. Das ist alles. Ich habe ihn gesehen. Das ist alles. Was ich habe gesehen? Ah, komm schon. Alter. Ach, leck mich doch am Arsch. So, hier. Oh, fuck. Äh, hier, für den Fall. Oh, man. So, dann platzieren wir das Kindchen. Oh, man. So, forgive me, you who came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee, Daya, and embrace thee as my daughter. Good. Good. Now bury the body. Good. What now? Aber ... Aber ... Hm ... Na gut ... Allerdings werden wir wahrscheinlich dafür ... Einen Tag warten müssen ... Und das tue ich ganz gerne. Gerade weil ich mir eh die Leben ... Regenerieren muss. So ... Moment ... Oh man ... Mit dem Blut ... Ich versuche dich ... Mit deinem Namen ... Ich versuche dich ... Hör meine Calle und ... Arsch, Däa! Ich versuche dich ... Ich versuche dich ... mit dem Blut ... Ich versuche dich ... Ich versuche dich ... Ich versuche dich ... Schnell ...